Einen wunderschönen guten Abend hier vom Grundlsee. Hier seht ihr meine Seminarutensile und ich bin heute Abend schon angereist, obwohl erst morgen Nachmittag mein Vortrag ist. Ein Weltmarktführer in seinem Bereich und 45 Teilnehmer erwarten mich morgen Nachmittag zu einer Power-Show zum Thema Erfolgreich verkaufen im digitalen Zeitalter. Und manche Trainerkollegen fragen mich immer, Hannes, du reist schon am Vortag an, warum? Und ich habe drei Ansätze dazu. Erstens, ich bringe immer mehr, als man mir bezahlt und von mir erwartet. Damit bin ich immer gut gefahren. Zweitens, ich brenne für das, was ich tue. Für mich ist das kein Aufwand, ich habe Spaß daran. Und drittens, wenn du selbst nicht dafür brennst und begeistert bist von dem, was du tust, warum sollte es deine Kunden sein? Alles Liebe, der Wow-Effekt-Macher, euer Hannes.